Am Sonntag wählt Frankreich ein neues Parlament. Doch die Mehrheit der Franzosen interessiert sich nicht sonderlich für die Parlamentswahl. Dabei könnte die Abstimmung spannender werden als gedacht. Nach den jüngsten Umfragen ist es nicht ausgeschlossen, dass Präsident Emmanuel Macron seine bisherige Regierungsmehrheit in der Nationalversammlung verliert. Das liegt vor allem an dem Wahlbündnis Nüb, aus linken, grünen Kommunisten und Sozialisten, das der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon eingefädelt hat. Zudem ist die noch ganz neue Regierung Macrons bereits durch Skandale belastet. Eine niedrige Wahlbeteiligung könnte das Ergebnis noch stark beeinflussen. Nach einer Umfrage könnte sie bei lediglich 44 bis 48 Prozent liegen, was ein neuer Tiefstand wäre. Ich bin ein bisschen desillusioniert, aber ich tue meine Bürgerpflicht und gehe zur Wahl ohne große Begeisterung. Also ich weiß noch nicht, was ich mache, mal sehen, aber auf jeden Fall wird es eine Wahl für das kleinere Übel. Falls das Linksbündnis gewinnt, hätte Frankreich erstmals seit 20 Jahren wieder eine Koabitation, eine Wohngemeinschaft. Das bedeutet, dass der Präsident und die stärkste politische Fraktion unterschiedlichen politischen Lagern angehören. Macrons neue Regierung, die eigentlich ein Signal für einen politischen Neuanfang kurz vor den Wahlen sein sollte, hat in den vergangenen Tagen und Wochen eher negative Schlagzeilen gemacht. Als erstes sah sich der neue Solidaritätsminister Damien Abad mit Vergewaltigungsvorwürfen zweier Frauen konfrontiert. Er weist die Vorwürfe zurück, doch es könnte durchaus noch zu einem Ermittlungsverfahren kommen. Auch Innenminister Gérald Darmenin ist in die Kritik geraten, nachdem es am Rande des Champions-League-Finales in Paris am 28. Mai zu Chaos gekommen war. Auch wenn die Präsidentenpartei zusammen mit ihren Verbündeten die Mehrheit behalten sollte, wird sich die Zusammensetzung der Nationalversammlung deutlich ändern. Das links-grüne Wahlbündnis wird, ungeachtet großer inhaltlicher Unterschiede der Beteiligten, voraussichtlich eine starke Opposition bilden.